mein ganzer körper ich kann gar nicht ich fühl nichts mehr nach langsam ich mach schon gute arbeit er ist definitiv hier das lied das lied er beben oh mein gott was passiert hier er ist zu groß für uns können wir schauen wir müssen fliehen rückzug jetzt ich übernehme das wirklich pack das schon verstanden ok anecki komm mit übernehmen er passt schon auf sich auf ich weiß es ich war die ganze zeit seine partnerin anecki ich habe angst er ist der meisterjäger der fünften flotte der beste den wir haben ok nur mut haben werf ja einen guten blick auf das ding und du kommst besser in einem stück zurück ok anecki wir glauben doch an uns wir schaffen das aufgepasst anecki wo bist du anecki komm ich komme ich komme ich komme anecki wo bist du anecki 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 Nähgigante? Hat er Nähgigante gefressen? Du kannst jetzt essen. Ähm, Freunde, was ist das? Unsere Hoffnung. Baby, ich wollte doch gar nicht gegen ihn kämpfen. Gegen was soll ich überhaupt kämpfen? Ist das Nähgigante? Er hat ihn ja gefressen. Oh, meine Fresse. So. Okay, sag... Okay, warte mal. Warum habe ich Treffer abbekommen? Warum habe ich Treffer... Er hat eine Schwachstelle oben. Habt ihr das gerade gesehen? Oder ist... Oh Gott. Okay, ich glaube aber, dass er gar nicht so stark ist. Ich glaube, dass... Warte mal. Können wir hier die Map nehmen? Wir müssen mal kurz mal abchecken. Okay, wir können nichts nehmen, was ihn irgendwie... Weiß ich nicht. Zu Weißglut bringt. Komm, 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 komm. Und, was machst du? Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Ich weiß noch nicht mal, was er von mir will. Oh Gott. Okay, hat nichts gemacht. Warte mal, deine Beine? Sind die schwach? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Alles klar. Oh. Okay, warte mal. Vielleicht kriegen wir, wenn wir seine Beine betäuben, dass wir ihn runterkriegen, weißt du? Vielleicht kriegen wir das hin. Sei geschütten. Abhaut, abhaut. Sehr gut. Hey, komm. Mist. Komm, komm, komm. Wenigstens einschlag. Vielleicht sind Angriffe gegen den Kopf und die Brust effektiv? Äh, Mädchen. Das habe ich schon ohne dich herausgefunden. Ja, ja. Oh, er macht seinen Früh geschlagen. Sehr gut. Einmal. Zweimal. Oh, wow. Alter, was ein krasses Viech. Was ein krasses Viech, ey. Haha. Ey, glaubt ihr, wir können auf ihn rauf. Uh. Ja, ich glaub, wir können auf ihn rauf. Aua. Junge. Knapp. Knapp. Ganz knapp aber. Okay, wir können wieder hin. Vielleicht können wir gleich auf ihn rauf. Weil da sind diese komischen Pflanzen. Okay, das ist anscheinend seine Brust. Es kann springen? Also, nee. Jetzt. Jetzt ist das Unmögliche möglich geworden. Es kann springen, das dicke Ding hier. Oh, ich bin gar nicht unter seine Brust. Oh Gott. Erdbeben. Er versinkt. Er versinkt. Wach, 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 wach. Ach so. Es ist wie zwei Hände. Als ob er zwei Hände oben hat. Krass. Okay, 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 okay. Was willst du, was willst du nicht kitzeln? Ach, Steine können wir gar nicht aufheben, okay. Was will er? Okay, wir gehen hin. Wir gehen hin. Wir gehen hin. Wir schlagen ihn jetzt. Oder warte erst, wenn er das Lied wieder spielt. Und zwar jetzt. Vielleicht so? Nee, gib nur ein bisschen ab. Wir müssen zur Mitte hin. Nein, wir dürfen nicht zur Mitte hin. Oh, hast du Schnupfe? Treibsand, Treibsand. Oh Gott, oh Gott. Das tat ein bisschen weh. Adiki, ich glaube, ich bin hier versunken. Okay, wir sind noch dabei. Alter, wir müssen weg hier. Überall ist Sand. Aber warte mal, außer an ein paar Stellen. Adiki, kannst du mal ganz kurz? Jo. Adiki, wäre nett, wenn du mir jetzt was gibst, ja? Okay, schnell raus hier aus dem Sand. Zack, Junge. Zack, Junge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er macht mir alles kaputt. Zack, Junge. Zack. Oh, er weicht zurück. Was tust du? Immer schön nach vorne, immer schön nach vorne. Ich weiß halt nicht, was er macht. Okay, krass, 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 krass. Ausweichern. Ab nach vorne. Man kann ihn halt kaum treffen, ne? Und man sieht halt kaum was. Hier, jetzt aber. Jo. Okay, seine Brust wurde geschwächt. Einmal rein da. Die haben seine Brust nicht. Oh, er macht seine Flügel. Jo. Nice, mein Bruder. Ei, 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 ei. Voll abbekommen. Aber ist nicht schlimm. Okay, wir müssen ganz kurz das da vorne einsammeln. Bevor wir gleich Molo sind. Ab, warte. Einmal können wir doch, oder? Come, easy. No. Okay, neue Attacke. Er wird wütend. What? Okay, Kleiner, du hast meinen Respekt. Was hat er getan? Ähm, ich hab hier Geräusche gehört. Irgendwie ein Gebrüll. Aber es kam von ihm. Na, haust du die Dinge nach unten? Ich komme, Baby. Ich komme. Danke für den Eingang. Haha. Wie geil war das denn? Hat er mir den Eingang zur Verfügung gestellt? Cool. Bitteschön, wir können ja ein bisschen... Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Na, ist egal. Ist egal. Bitteschön. Äh, Adeki, äh, drop mal ein bisschen. Adeki, süßer. Süßer. Komm, komm, komm. Ach, wir müssen wetzen. Guck mal, das müssen wir auch langsam mal wieder machen. Die Waffe ist ja schon blau. Wir brauchen weiß. Ey, ruhig, 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 ruhig. Das geht ja gar nicht klar. Ja, ja, Kollege. Adeki. Arigato. Mist, ich war... Ich kann... Jetzt kann ich seinen Tank nicht mehr. Ah, nee, Adeki. Das da, das da, das, 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 das. Ja, komm, komm, komm. So, ab hin da. Let's go. Rein da. Und. Zack. Und hier macht man noch die Dreierbombe. Vorsichtshalber. Ja, und. Yes. Autsch. 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 Alles wird viel kleiner. Gefällt's dir? Ich hoffe immer schon. Yes. Okay, und. Noch einmal drauf. Ich geh sofort zurück, weil ich weiß, er macht das öfters mit seinem Flügel jetzt. Ja, seht ihr? Ja, 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 ja. Wird doch böse. Wird doch böse. Abi, klatschen ihn. Ich komm mal ran da, okay? Weil da vorne war nur Sand, Kollege. War deine Schuld. Jo, perfekt. Wir haben hier wieder was Rotes. No, seine Flügel gehen kaputt. Iiii. Was ist das denn? Was ist das? What? What? Ey, Kollege, das ist jetzt ein Witz, oder? Wie soll ich das von der Zeit her schaffen? Luft. Okay. Äh, Freunde. Ähm, ja. Darf ich euch vorstellen? Das ist anscheinend das andere Viech? Komm, ich nehme es auf dich drauf, Kollege. Ist wieder nur sein Kopf. Ne, sein Schwanz auch. Nice. Okay. Sollten wir eigentlich schaffen. Sollten wir schaffen. Easy. Komm. Jo, er kriegt überall Schaden ab. Ich glaube, der wird gar nicht schwer sein. Komm, 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 komm. Go, komm, 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 komm. Shit. Alter, wie... Oh mein Gott, wie er ausschaut. Hey, hey, hey. Ruhig hier jetzt. Alles gut, my friend. What? Ey, ich habe kaum Energie, ne? Alter. Also, jetzt übertreibt er aber komplett. Ey, was ist das für ein Ding? Heftig, 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 heftig. Okay, ist gut jetzt. Ist gut. Wir müssen Schaden machen. Wir müssen viel Schaden machen. Sehr viel Schaden. Ich glaube, ansonsten schaffen wir... Wir sollten weg hier. Wir sollten weg hier. Arneki, schon wieder tot. Schon wieder. Oh, ihr seht gerade. Er ist nicht mehr böse. Das bedeutet, wir schießen ihn hier gegen. Let's go. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte. Bitte, bitte. Bitte. Warum? Da war ein Kristallmann. Da hättest du eigentlich gegenlaufen können. Feige Sau, Alter. Junge, 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 Junge. Ach, Kollege, ich habe vor dir keine Angst. Nö, alles gut, alles gut. Easy Attacke. Easy, mitten in die Eier rein. Jo, very nice. Sag, was ist los? Dreht er sich? Jaja, ist ja gut, ist ja gut. Ey, vielleicht können wir die Zentakel abmachen. Arneki, warum stehst du da so rum? Warum? Oh, oh, abhauen. Ich habe irgendwie gewusst. Ich habe irgendwie gewusst. Komm, die Dreierbombe. Komm, die Dreierbombe. Und zack, Junge. Und weg hier. Nice. Okay, er gefällt mir, er gefällt mir. Hey. Aus jetzt. Abhauen, abhauen. Heilige Scheiße. Okay, Arneki, drop mal bitte. Jo, ich schliege es wieder ab. Nee, alles gut. Ist nur die seitliche nach vorne. Jo, Arneki, ich bin hier, ich bin hier, Baby. Geil. Und wieder runter. Blum, 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 blum. Oh, hallo. Arigato. Oh, vielen lieben Dank. Warte mal, bist du böse? Nee, er ist gerade nicht böse. Kann man dich irgendwie zur anderen Seite bitten? Einmal bitte noch. Einmal bitte. Ja, danke schön. Ey, dass so ein kleiner Mensch so was Großes bewegen kann, gegen die Wand zu laufen. Heftig, Mann. Heftig, heftig. Aber er fliegt nicht hin. Was habe ich gefahren? Er hat es aber nicht abbekommen, oder was? Ist er tot? Er sieht tot aus. Hä? Er sieht wirklich Mulu aus. So, warte mal. Oh, er zuckt langsam. Er zuckt. Er zuckt. Muss ich abhauen, oder so? Herzhaft, ich wusste gerade nicht, was ich machen sollte. Irgendwie tut er mir ja leid, oder? Irgendwie tut er mir leid. Scheiße, ich brauche ein Bild von ihm. Ich weiß aber nicht, wie ich es kinkriegen soll. Alter Schwede. Und einmal rauf da, bitte. Oh, sein Ärntchen. Oh, Sünde. Und runter da. Ah, aha. Na, 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 na. Was tut er? Oh. Ja. Ja, ja, wie heißt der Spruch? Keine Ahnung, aber ich sollte mal besser aufpassen, ne? Oh, er macht sogar einzelne Bomben, äh, so komische Attacken. No. Was? Scheiße. Okay, das habe ich gar nicht beachtet, weil man hat es nicht gesehen. Hi. Wie geht es dir stets? Danke, dass ihr mich einfach in den Kopf reingeschmissen habt, ne? Arigato. Heilige Scheiße. Hallo. No. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dass ich meinen Mantel anhatte. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Okay, das wäre passiert. Ah ja. Gesundheitsbooster. So, jetzt kurz den Mantel ausziehen. Okay, und weg hier. Und auf zu ihm hin. Ey, wie heftig. Schaut euch das mal an. Das Ding ist riesig. Hier liegen Steine rum. Oh. Hier liegen for real Steine rum. Das bedeutet... Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, hast du getrunken? Super. Steine. Einmal auf seinen Kopf drauf. Einmal bitte zur Wand hin. Und einmal bitte jetzt dagegen. Let's go. Perfekto. Darf ich an den Kopf ran? Bitte, gib ihm mir doch. Perfekt. Oh, was tut er? Ich seh's nicht. Ich seh's. Er hat Sand gemacht. Okay, ich glaub aber, er ist fast am Ende. Er ist bald am Ende. Schaut euch mal dieses riesen Viecher an, ey. I love it. Okay, ich komm mit. Ich komm mit, mein Junge. Yes. Tut mir leid, Junge. Tut mir leid. Noch einmal. Schade. Okay, ab nach vorne. Eigentlich, die ganzen Steine sind weg. Oh Gott. Oh Gott. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir müssen nur Damage machen. Nur Damage machen. Let's go. Alter. Gleich sind wir bestimmt nur auf der kleinen Plattform drauf. Ich weiß das nicht. Seine Augen. Was ist denn mit dem los? Seine Augen. Okay, Aniki, ich muss mal wetzen, ja? Wetzen, bitte. Ich will keinen Köder oder so haben. Egal, auch wenn er uns angreift, wir machen weiter. Sehr gut. Alter, das Ding ist auch eklig. Aber ist egal. Ich mag es, ich mag es. Ich find's übelst geil. Jo. Aufhören. Aufhören. Hinpushen, genau. Zack, einmal getroffen. Vielleicht zweimal. Ja, 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 ja. So, schön einmal hier. Zack. Dann zack. Let's go. Einmal schön aufladen. Mist, wir hätten übelst die Damage machen können, aber wir haben es nicht gemacht. Egal, wenigstens mitten in seine Fresse rein. So, jetzt müssen wir aber abhauen, Aniki. Come on. Seine Augen, ey, wie eklig. So, komm her. Alter. Ey, ich will ein Foto von ihm machen. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Sag kleiner. Es wird Zeit, wie der sich misst. Arbeit wie er was. Oh Gott. Wo ist er hin? Hallo. Du kleines Mistvieh. Komm her. Äh, hallo. Junge. Nein, mach dir jetzt an. Alter. Meine Fresse. Hübscher bist du jetzt. Oh, es wäre nett zu uns. Aniki. Nein, ich springe auch noch rein. Und wo machst du hin? Oh, sehr knapp, sehr knapp. Es hat mich getroffen. No. Okay, ich glaube, von hier aus sollte er uns nicht kriegen. Okay, alles gut. Perfekt. So, hier stehen bleiben. Weil es gibt noch mal eine Explosion. No. Er hat da hinten die Dings gemacht. Er hat da hinten... Ich habe nichts gesehen, ne? Ich habe null gesehen. Oh, Digga. Ich kriege dich, Junge. Ich kriege dich, Kollege. So, das nehmen wir schön mit. Einmal ab gegen die Wand, Kollege. So, kurz mal einmal hier weiter hinlocken. Immer weiter hierher. Ab zur Wand. Komm weiter her. So, einmal gleich wetzen. Das werden wir auch gleich tun. Aber erst mal soll er gegen die Wand. So, Stahl. Ja, ein Nut. Und ab dagegen. Let's go. Bitte. Er will einfach nicht. Ne, er will nicht sterben. Ich habe echt Panik, ihn anzugreifen. Weil ich darf halt nicht einmal sterben. Ich darf jetzt nicht einmal sterben, ja. Deswegen halt. Ich habe Panik. Aber egal, wir können es noch schaffen. Na, das war zu langsam. Viel zu langsam. Einmal. Ja, wir haben ihn geschafft. Oh mein Gott. Freunde, ihr habt nicht alles mitbekommen, ne. Aber ich kämpfe jetzt das fünfte, sechste Mal gegen ihn. Oh Gott. Und das auf mehrere Tage verteilt. Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade so happy. Oh shit. Mir fällt echt so eine Last vom Herzen aus. Läuft er nicht? Ja, wir besiegt. Wie heißt er denn, Kleiner? Oh, alles Fragezeichen. Okay. Alter. Ich kann nicht mehr. Yes. Festplatte. Wir haben die Festplatte. Ne, Pelzplatte. Ups. Okay, sorry. Ich bin gerade durch und durch. Yes. Ich glaube, wir haben es durch. Es ist ja so ein Fisch wie Xenojiva. Oh mein Gott. Bin ich erleichtert. Was eine Bestie. Also, ich muss sagen, von allen Monster Hunter Kreaturen war das die heftigste. Ich habe anfangs gedacht, so, komm, easy, war aber heftig. Yes. Arneki, jetzt haben wir uns aber ein fettes Essen verdient. Arneki, jetzt haben wir uns aber ein fettes Essen verdient. Ah. Arneki. Wir haben es geschafft. Vater! Ja. Hm. Hast es geschafft? Ja. Gott, sei Dank bist du. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich weiß es auch nicht. Wäre es du nicht gewesen, hätten deine Partnerin und ich längst unsere Suche aufgeben müssen. Ehrlich, danke. Bitte. Ich werde alles aufzeichnen. Diese Untersuchung, den alten Allwürm, alles. Mach das. Ah, der war so gruselig. Du hast alle Hände voll zu tun. Du hast alle Hände voll zu tun. Wir haben das eine Menge. Ah, das war wahrlich ein denkwürdiges Abteuern. Das kannst du laut sagen. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Doch jetzt? Was soll ich jetzt tun? Die Reise geht weiter. Neue Abenteuer, neue Kreaturen. Eine große Frau sagte mir einst, du machst entweder weiter oder gehst heim. Es gibt keine Zeit für Selbstzweifel. Du hast recht. Da wir jetzt hier fertig sind, muss ich eine neue Aufgabe finden. Hey, seid ihr okay? Keiner verletzt. Du warst große Klasse. Du bist unfänglich gut. Oh, danke. Danke, Muchacho. Wer sollte es sonst tun? Nun gut. Zeit zurückzukehren. Okay. No way! Oh nein, bitte nicht. Unwärglich. Zeit für Runde 2? Bitte keine Runde 2. Macht euch bereit. Anhalt der Käpt'n weiter. Nun gut. Du willst was? Du kriegst was. Ja! Ja! Huh? Andy? What? Äh, Alter! Mehr Gigante! Was war das denn? Mehr Gigante! Ob's denn geschmeckt hat? Und da flog Nergigante und hat das große Viech einfach aufgegessen! Na super! Okay! Wir haben... Oh Gott! Wir haben es geschafft! 38 Minuten, 12 Minuten hätten wir noch Zeit gehabt! Oh mein Gott! Alter, ich bin euch echt für alle Tipps dankbar! Ich glaube, ohne euch hätte ich das nicht geschafft, weil... Wuh! Geil! Okay, wir haben es echt geschafft! Holy Moly! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Hey, warte! Vielleicht werde ich es nie sein! Ich weiß es nicht! Aber... Du warst großartig da draußen! Find ich auch! Wenn's wirklich brenzlig wird, ist es in Ordnung, wenn man ein klein bisschen durchdreht. Das zeigt deine Sorge! Das stimmt! Das stimmt! Was ist mit dir los? Komm schon! Na gut! Sehr gut! Ja! Prost! Das ist erledigt! Was kommt als nächstes? Ah! Was das angeht! Die Luft hier ist... Ja! Ja! Die ist so erfrischend! Unglaublich! Die Legianer-Anomalie, der Velkaner und die anderen Drachenältesten hatten alle eine Verbindung zum alten Allwurm. Das ist alles, was wir wissen. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, was passiert ist, als er sich im ewigen Strom verankerte. Trotz all unserer Bemühungen stehen wir wohl mit mehr Fragen als Antworten da. Eine Sache ist sicher, er hat sich Zeit gelassen. Ist leise angeschlichen, breitet er seinen Einfluss aus und dann... Puff! Und wenn die Grenze überschritten wird, erscheinen langsam die Anomalien. Warte, wenn das der Fall ist, wird sich das Ökosystem letztendlich nicht selbst zerstören? Vielleicht... Nein. Wird es das? Denn da... kommt einer Gigante ins Spiel. Oh, einer Gigante! Was? Ich liebe ihn! Natürliche Reinigung. Reinigung? Die Natur. Sie hat einzigartige Mechanismen. Sie stellt Irregularitäten fest und gleicht sie aus. Ah! Gegen eine solch große Irregularität. War der ausgleichende Mechanismus vielleicht... Ah! Der Gigante! Sieht aus, als hätten wir noch viel zu lernen. Heh! Vielleicht ist unsere Arbeit Teil dieses... Ausgleichsmechanismus. Hm. Die Natur ist... So cool! Hey, hört auf zu reden und fangt an zu essen! Ja, endlich! Oh! Wir haben uns ja da eben besoffen, was? Wir bereiten uns besser auf die nächste Aufgabe vor. Die nächste? Du weißt, wovon ich rede! Na, Gigante! Wir werden das Ding jagen, bis unsere Beine aufgeben! Oh! Und ich bin dabei! Bruder! Wie immer... brauchen wir dich! Kein Problem! Bin dabei! Und meine auch nicht! Bitte? Du bist eine... echte Inspiration! Wir sehen alle zu dir auf! Entschuldigt! Das war's! Und wir brauchen dich jetzt mehr als je zuvor! Es lastet viel auf deinen Schultern! Ich bleib bei dir! Aber vergiss nicht! Ich werde an deiner Seite sein! Genau wie in dieser... Geschichte der Fünf! Und ich an deiner! Wo auch immer der Stern scheint... ist der Mond in der Nähe! Und das bin ich! Gut! Hehe! Da das jetzt geklärt wäre... Komm schon, Partner! Auf weitere Abenteuer! Yeah! Kampai! Und wann ist die Hochzeit? Ah? Wann? Keine Antwort? Da bist du ja! Ich hab dich die ganze Zeit gesucht! Und ich auf dich! Let's go! Jetzt wird geheiratet! Hi! Du bist hier! Yes! Wie geht's? Ich bin bereit! Ich hoffe, du bist bereit! Und wie? Ich bin bereit! Oh! Die Gilda hat den alten Album als neun drachenhärten... ...Schara Ischwalda! Schara Ischwalda! Also dieses Misfi war es! Okay, gleich einen Gutschein abgeholt... Dieses kleine Misfi... Ja, Freunde! Auf jeden Fall! Ein Ende und ein Anfang! Ja, das ist also jetzt das Ende von der Story. Aber es gibt noch Monster, die haben wir noch nicht gesehen. Glaubt mir, Sinogre ist vielleicht für euch ein Begriff. Und es kommen noch krasse Rajanga oder wie er heißt, Riesenaffe kommt noch und, und, und. Also, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall zum letzten Mal für die Story an Kommi und Naikda. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.